So Leute, wir sind etwas schön. Ich bin kaputt. Guck mal, wenn ich so weit nach hinten gehe, warte mal, dann sieht man mich auch. Wir sind auf dem Klo. Wir sind auf dem Klo. Warte kurz, da Klo. So. Im wunderschönen Kult-Tempel, einer der coolsten Läden, die wir überhaupt spielen, da auf S-Band. Das war wie immer mega geil. Das war unfassbar. Volle Stimmung. Ihr seht ja, Helge besorgt uns wieder. Ja, Helge. Und heute haben wir auch noch ein Special für euch. Ja, genau. Jeans bitte. Wir haben heute so viele schöne, tolle Geschenke von euch bekommen. Tatsächlich hat André jetzt ein kleines Problem, das mit der S-Band wegzugehen. Ihr habt mir so viel Zeug gemacht, ich muss dem nicht mit dem Auto kommen. Das war echt crazy. Und stellvertretend, das finde ich abgefahren. Achso. Genau. Jim, der leuchtet euch. Jim, der leuchtet. Leuchtet Jim. Krasser Scheiß. Spooky, der Halloween und so, Leute. Das stimmt auch noch, ja. Was wir alles können, ist sogar so Nargin. Ja, genau. Ja, also wir haben sehr viel Jim bekommen und auch ein anderes Zeug und alles ganz mit ganz viel Grußkappen und Tütchen und so. Ja, Wahnsinn. Immer jahrelang nicht mehr von den Rippen und Wanderl essen. Ja. Ja. Ja, auch in eure Gesichter, das ist ja auch nicht in eure, in eure, während des Konzerts. Ja, Wahnsinn. Das war auch nicht einerlei. Nee, ist sehr berührend, Musikrufsagen, ja. Krass. Ähm, gut, dann... Wir sind sprachlos im März. Ja. Das war wirklich ganz, ganz toll und wir machen das einfach wieder, würde ich sagen. Ja. Vielleicht kommen, Leute, ähm, äh, Weihnachtenabend. Genau, Weihnachten zum Darkstorm. Genau, kennen wir uns. Das ist Weihnachten. Genau. Geh Bock auf die Weihnachtsscheiße zuhause hat, komm zu uns. Ja, oder wenn ein Argument braucht, um dann schon früher abzuhauen, oder so. Genau. So wie hier. Jungs, Leute, wir sehen uns Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Tschüss.